und damit herzlich willkommen zu let's play frost punk wir versuchen noch mal den fall von winterheim jetzt weiß ich ja in etwa was auf mich zukommt und vielleicht gehe ich noch mal ich habe fast das gefühl das glaube schlechter ist oder wartet mal wir gehen mal direkt auf glaube und lassen die anderen gesicht gesetze außen vor und ich begebe mich jetzt wirklich nur drauf glauben zu verbessern denn es gibt eine maximale es gibt bei glauben was was glaube ich so wie es bei den guten sachen was gibt was bedeutet dass zum beispiel keine das hoffnung kein problem mehr wird oder unzufriedenheit kein problem mehr ist ja ich kenne schon obwohl ich sagen muss der fall von winterheim erinnert mich wirklich sehr stark an die erste mission also ist was ich meine und kohlabbau habe ich auf jeden fall will ich glatt sagen wir fangen mal mit der braucht sich hier noch was nahrungsmittel gesundheit wäre nicht schlecht aber ich glaube ich gehe mal zuerst auf die fabrik hier gehen wir auf jeden fall auf stufe 1 weil das reicht aus meiner sicht erst mal es ist schön dass die leute schon gestorben sind obwohl auch gar nichts passiert ist so hier ist gebetshaus warum steht das ist eigentlich ein fehler muss zwar also der heilung war das stimmt doch gar nicht ich muss erst gebetshaus bauen so ok noch habe ich keine kranken das leckte ein wenig normale arbeiter arbeiten ingenieure früher oder später sterben die ersten das ist eigentlich eine arbeit für kinder so und dann gucken wir mal dass wir ein bisschen platz schaffen was wir das hier noch mal die sammelstelle könig wird dass die automatisch damit gesammelt wahrscheinlich schon kohle das war das stahlwerke nicht stecken die bearbeitereien ist alles aus stahl das kriegt man schon hin ok die schon besetzt ist gut dann sammeln die nämlich auch von hier so so erst mal hier alles irgendwie entfernen hier waren noch auch sachen oder hier im kern ich gehe mal auf die kurze wieder ok fang doch schon an zu arbeiten aber jetzt so was kann ich hier signalstation abmarsch den automaton werde ich auf jeden fall holen ich wüsste gerne warum die leute schon krank sind wüsste ich wirklich gern die schneekurve muss ich umbauen an anderer stelle auf jeden fall weg von der wärme ok es ist kalt das ist gut kaltes zu hause kalt haben das ist ja ok das sind die hier den ball verletzt von mir aus alles gut das hier eigentlich ach so die kann ich rein ist okay warten wir noch ein bisschen bis ich dann anfangen mit den depots oder machen wir es eher gleich die depots warum wir mal hier hin kaltunterkünfte und zufrieden hat ist mir gerade egal so fangen wir hier an mit cola dann kann die nämlich eure zeug abliefern hier kommt holz rein und hier kommt dann essen rein ihr seid da und wir gehen zum schneefeld hier kommt auf jeden fall essen rein weil wir haben eigentlich viel zu viele leute dafür dass er das jetzt alles effizient nutzen können ist ein bisschen kalt hier sind aber echt super in schuss wenn es kälter wird gehe ich einfach eine stufe höher erst mal ok jetzt frage ich mich gerade verstehe das problem ich muss mal gucken oh die war noch kalt weil das hier sind alles nur trümmer wo sind die häuser das sind häuser da müssen dampfzentren hin tatsächlich ok damit die leute nicht krank werden so wir gehen hier eine stufe höher so für mitte ja von mir aus wir müssen noch die gebetshäuser bauen und ich muss gucken dass ich die forschung sehr stark voranbringen gucken erstmal an gebetshäusern gute stelle gut hier wird abgerissen schneegrube muss auf jeden fall weg ja ist ok wenn die jetzt erstmal sterben ja ist ok furcht weiter stahlbrücke auf zur stahlbrücke da kann man den automaten holen den ersten also jetzt schon wieder naja stimme der ruin komisch dass es immer die die sachen betrifft in den wo niemand ist können die ingenieure arbeiten manche ruinen wurden beseitigt ok von mir aus 30 ruinen ok stärker laufen senke die unzufriedenheit auf 25 die unzufriedenheit kriegen auf jeden fall hin hoffnung wird unser problem und stets mit forschung hält man ich wollte auch eine weitere forschungsstation bauen wenn sie dann hin passt ok scheint unwichtig zu sein was nein passt jetzt hier ok dann wird das abgerissen wo kriege ich die werte wohl kriege ich die fabrikern beziehungsweise forschen wir jetzt als nächstes daran erst mal könnte ich tatsächlich hinkriegen dann scheint gar nicht so schlecht zu sein gerade ziemlich kalt hier hier auch den bereich hinten könnte ich eigentlich langsam dann aufgeben kann ich muss sagen wir gucken dass ich mehr essen kriegt hier forscht ja ja wir müssen handeln 13 stunden das wird auch eine weile reichen die fabrik lege ich aber nicht rein ich habe kriege ich dahin fabrik dahin fabrik dahin werkstatt passt dahin super hier ist es warm wir können sie arbeiten da vielleicht nicht so doch sollen dass wir die kinder drauf gehen ja ja ist mir klar ich muss jetzt gucken dass ich diese das hier war glaube ich wirklich ein agitator oder wie die dinge heißen ich brauche mehr essen ich brauche mehr essen hier wird gearbeitet das ist okay hier wird gearbeitet das ist okay da brauche ich auf jeden fall ein paar ingenieure die ich hier stimmt irgendwo habe das ist noch ein einzelnes kind und die ganze ingenieure eingesetzt gut wenn ich jetzt noch ein paar kinder paar ingenieure finden würde hier sind immer noch kinder am arbeiten arbeiter da sind ingenieure so so und so bei uns schäfern ist das so ok sehr gut erforschen zurück ja ja ich glaube ist da auch hier kann weitermachen gut muss ich jetzt ich will ja glauben auf maximum mal gehen abendgebete finde ich auch nicht schlecht es wird bald wärmer müssen noch ein zwei tage durchhalten dann kriegen wir das auch hin vor allem brauche ich mehr essen schadet sich ja nicht warum wir ein nehmen wir noch kein ich weiß die forschung haben tatsächlich ja der generator fährt gleich runter holen würdet ihr bitte anfangen zu arbeiten jetzt 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 eigentlich aufhören hier in diesen bereichen zusammen und hier sammeln super und jetzt nahrungsmittel und unterkunft fliegen die jäger bitte ganz schnell und jetzt brauchen wir hier ein automaton nein nichts ändert sich wo die unzufriedenheit passt eigentlich tatsächlich schon jetzt gucken dass ich hier wirklich platz schaffe dann vielleicht alles so ein bisschen in die mitte zentriere wieder zeit ich brauche echt mehr kohle hier los tot getrennt ne lasse die können wir noch gebrauchen so ich brauche auf jeden fall die kohle oder automaten ist da perfekt automaten arbeitet jetzt hier was das schon muss halt wieder gucken dass ich in gewissen bereichen langsam alles abschalten wenn ich das jetzt ausmache gut das jetzt ausmache keine gute idee ja ja krieg mal hin es wird abgebaut ist okay ich kann das nächste machen ich muss auch nur die schreie machen hoppla feldküchen wird die temperatur von arbeitslösen um eine stufe haus der heilung das haus der heilung erfordert keine ingenieure es versorgt die schwerkranken verleiht allen patienten ein klein hoffnungsbonus muss den haus der heilung wollen in haus der heilung werden einfach nur langsam als im krankenhaus was brauchen das okay fällt mir ein ich muss noch die schreie bauen in welchen bereichen wird nie gearbeitet auch kommen das ist eine gute idee forschung erhöhen hier kann ich tatsächlich mal ein bisschen was abreißen was ist gar nichts weiter ja auf mann na geht doch Äh, Haus der Heilung? In dem Wärmebereich wäre nicht schlecht. Ah, okay, das werde ich bauen, macht tatsächlich Sinn, hier machen wir auch mal was, und zwar, wo interessiertes Treibhaus wäre auch nicht schlecht. Okay, wir brauchen dringend Essen. Broschen, macht weiter. Die holen wir uns auf jeden Fall. Es wird bald wieder wärmer. Okay. Kann ich das mittlerweile ausmachen? Weg damit bitte. Was ist hiermit? Das wahrscheinlich noch nicht. Nee, passt noch. Ich muss unbedingt hier einzelne Bereiche einfach kaputt machen. Ich muss wirklich einzelne Bereiche abkapseln und die weg machen. Da habe ich mir jetzt die Dingobart hier. Das ist ja auch das Haus der Heilung. Okay. Das geht gerade noch nicht. Ich brauche tatsächlich Arbeiter erst mal wieder. Das sind tatsächlich die Dinger, die mir ja Probleme machen. Wo habe ich einen einzelnen Arbeiter reingesteckt? Hier vorne wahrscheinlich überall. Das sehen wir jetzt aus. Aber die hier nicht ein Automaton an einem der Dinger. Das scheint so aber die sind echt scheiße. Ich muss die verbessern. wird bald wärmer alles gut ja ist mir schon aufgefallen ok kommt mir nach hause hat für mich aus meiner sicht gerade keinen sinn die da zu lassen das ist okay hier läuft hier das wird gemacht warum hätte ich schon wieder runter und steht hier macht hier mal weiter vielleicht können wir da noch endlich mal jemanden retten rettung kam zu spät ich meine schuld unglaublich viele leute in dem ding was hier los keine sache ist okay sagen wir erstmal hier weiter ruin ein manche gehen halt echt schnell leer und manche brauchen ewig jetzt schon wieder los wo aber der automaton ist das sehr schön ok das macht jetzt der automaton auf jeden fall hier baut man noch ein ich muss irgendwo auch mal ein bisschen platz mit sich finden ist das noch ein bereich ich weiß es gerade gar nicht hoffnung muss ich ein bisschen steigern möge ein frieden ruhen habe ich nicht gelesen aber ist egal irgendwas mit malzbier bestimmt hier ist gerade warm automatone sollten erstmal wir haben echt probleme langsam mit essen den bereich über dich auch abschalten oder glaube schon sehr schön ich weiß noch nicht was ich mit ihr mache noch ein kann ich mir gerade noch nicht leisten aber ich sollte nur langsam in kohle gehen natürlich gern mehr essen mehr ingenieure die forschen bitte nicht sofort warum habe ich jetzt noch mehr ok das kriegen wir schon hin ich muss die forschung dann auch mal gucken dass die automatorien forschen können auch noch ein paar sachen für kohle tatsächlich ob hier irgendwo ingenieure drin wir kommen mit ein paar kinder mehr rein so hat man die dann es widerstrebt man eigentlich total kinder dafür einzusetzen aber ich muss halt gucken weil ich keine passende infrastruktur ja habe dass ich die alle irgendwie einsetze ja ich weiß es ist nicht schön aber habe ich hier ingenieure treten und jetzt liegt auch irgendwas keine ahnung was ist aber erst mal egal ja ganz ehrlich den bereich hier würde ich dann gern bald aufgeben ich finde diese stadt einfach so beschissen gebaut ja was ist denn das hier ist nein straßen abweißen warum sind die nicht in stadt weg wie alle anderen das ganze dinge muss weg da wird eine einfache straße viel effizienter sein und ich muss die halt allen hat mit habe ich gerade wieder ich muss halt gucken dass ich das alles in geregelte bahn hier lenker der funktioniert ab zu stunden das ist perfekt ein paar leute also ich muss gucken dass leute sterben nicht jetzt ja ich weiß dass ich das machen kann aber das will ich jetzt nicht ich will die fliegenden jäger ehrlich gesagt kann ich doch schon machen oder haben wir vergessen ich habe fast verloren ok dass ich jetzt erst irgendwie läuft schlechter als beim letzten mal oder ich glaube ich glaube ich schaffe das auch nicht mehr es war ein bisschen blöd und wir haben gerade noch ein paar sterben wir haben eine wärmestufe höher ich habe ein bisschen zu lang damit hier gebraucht jetzt gerade das gebe ich ehrlich zu aber es ist halt echt scheiße diese ganzen trümmer loszuwerden ist mühselig blöden kack trümmer hier überall was ist los ein hauch von hoffnungen die leute aber angefangen persönliche amulette feld und blablabla kennen wir schon ja ich schaffe es ganz knapp nicht das ist scheiße es ist zu hoch ach mist ich habe die schneegrube falsch gebaut jetzt kriege ich die hoffnung gleich noch ein bisschen jetzt auch zu lange mit dem essen da kann ich muss ich gleich nochmal versuchen ja das kommt zu spät habe ich echt kommt nicht zu spät ja da hätte ich jetzt auch das problem da bräuchte ich kohle brauche ich auch oder ja eine dampfkohle mine wäre schon nicht schlecht aber für die auch scheiße kann auch gerade nichts machen was das irgendwie verbessert ja diese blöde hoffnung immer ja nee das war es ja jetzt hat man auch in der nase ich würde es kein abbrechen aber das muss ich dann hören lass mich doch lass mich das doch abbrechen ich darf alles abbrechen nein wenn du verloren hast bitte das stark unter die nase gerieben wieso darf ich nicht einfach neu starten ok szenario das kann ich nicht oder oder doch ok ok der fall von winterheim los perfekte hoffnung ich meine ja perfekte hoffnung unwichtig unwichtiger kram so da reicht auf jeden fall stufe 1 haben wir direkt an